Mario Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Folge von Let's Beacast Clans. Ihr sehn... und... Ich bin grad online gekommen und hier ist alles down. Ich wurde richtig angegriffen. Und ja... Dreiundzwanzig Pokale! What's up? Ah ne, weißt du, ist so schlecht. Ja, wahrscheinlich! Vor allem, ich hatte knapp 2 Millionen Elixier. Ja, alles klar, Hacker. Hack, 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 hack! Ja, Hacker! Hacks! Nein, nein, Hacker. Guck mal, deshalb spiele ich nicht mehr so gerne Clash of Clans. Ja, Leute. Es gibt einfach jetzt so viele Hacker, ne? Ja, bei Clash of Clans gibt's ja keine. Seht ihr jetzt auch, wie scheiße die Leute heutzutage drauf sind? Da, Leute. Guck, und das halt, das sind solche Gründe, ne? Warum man kein Clash of Clans spielen? Es gibt keine Farmer mehr. Die Leute fangen an zu hacken. Und so, das sind echt... Scheiß Gründe. Hey, ich hab Scheiße gesagt. Ähm... Ja, kein Kommentar für dich. Sagen Sie den Clankrieg. Ich wurde... Ah! 44% hat er nicht überdauern gekriegt. Schau, dass du keine Pokale verloren hast. Ist ja jetzt nur Clankrieg. Ja, leider. Na, gewinnt man einmal, ne? Ja. Alles klar, Leute. Oh, stopp mal. Stopp mal. Wenn wir da genau drauf achten, seht ihr den Fehler, der er da gemacht hat? Er hat mein Baba King nicht erst die Riesendaunen machen lassen. Sondern hat sein Baba King gegen mein gehetzt. Also, warte mal. Das ist... Für mich schlecht. Nicht für ihn. Äh... Scheiß drauf. Ja, ne, wir bestätigen. Ja, ja. Mitten in der Aufnahme. Ja, wahrscheinlich. Ja, keine Angst. Das hier wollte ich eh nur zeigen. Wie gut wir... Ja, genau. Der Clankrieg, den wir ja so gut verschissen haben. Wartet mal. Ich möchte mal ein oder zwei von unseren Failangriffen zeigen, ne? Äh... Bei uns gibt's so gut wie keine Failangriffe, da er keinen angegriffen hat. Nein, dann wird's... Nein, dann wird's... 36... Ja, das bin ich, Leute. Hier könnt ihr meinen Failangriff sehen. Und los. Ja, erstmal da alles bisschen... Alter! La Vitae. Das hab ich auch in meiner Folge gezahlt. Echt? Jaaa... Weil ich fast in meiner Folge steigen wollte, bevor mein Angriff, hab ich mir gedacht, was einfach noch ein bisschen ähm... Alles klar! ...Failangriffe. Jaaa... Dann hab ich dir gezeigt. Weil es einfach einer der einzigsten Failangriffe überhaupt war. Ja, einer von drei. Ja. Hier, 24%! Das muss auch ein Failangriff gewesen sein. Von LPU-Kam? Nein, nein. Nicht vermeiden. Autos heißt nicht, ne? Nein. Oh, also Leute. Wie man sieht, fängt das jetzt schon ziemlich gut an. Also, 24%. Der hat hier erstmal richtig verkackt, ne? Ja, Leute! Wahrscheinlich! Ich... Ja, alles klar. Auf jeden Fall, das war die Folge mit den Failangriffen von heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute! Bye, bye! Und abonnieren nicht vergessen! Bye!